Die Komposition Hydrofonie 3 ist extra für diese Zisterne hier entstanden. Es kommen in diesem Stück drei Instrumente zusammen. Das ist einmal der Klangbrunnen. Das Aquafon. Und als drittes diese Infusionsinstallation. Und dieser Raum hier hat die fantastische Eigenschaft, so gut zu klingen, dass man das verbinden kann. Und wir haben praktisch unsere musikalische Erfahrung mit dem Element Wasser jetzt zusammengetragen und haben dieses Stück konzipiert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020